Guten Morgen, es ist ja gar nicht so früh, es ist ja schon Tag, gar nicht an dem ersten Video irgendwie so lange geschnippelt hab und weiß nicht. Kalte Füße, ich hab kalte Füße, kalte Füße, ich hab kalte Füße, kalte Füße, kalt. Ich mach mal Werbung, diese Barbecue-Soße ist voll lecker. Kennt ihr alle den McRib von McDonalds? Fast dran gibt es in Sky-Märkten. Im Edeka hab ich es jetzt nicht mehr gesehen. Mjam, 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 Bullseye. Weiß nicht. Ich habe gerade dieses Hemd frisch angezogen. An der Tasche irgendwie merkt, dass was drin, ja, toll. Was war es gewesen? Irgendein Zettel, der jetzt frisch gewaschen und unleserlich ist. Weiß nicht. Ist das heute nochmal ein milder Herbst da? Wahnsinn. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Einkaufen. Ich weiß aber gar nicht, was ich einkaufen soll, weil ich nicht weiß, auf was ich Appetit hab. Das heißt, ich hab auf nichts Appetit, aber Hunger. Mal sehen, was mir über den Weg läuft bei der Jagd im heutigen Ernährungswald. Ist das der Hammer heute. Ich hab ganz viel ungesunde Zeug gekauft. Fleisch und Sekt und Pommes frites. Weiß nicht. Und nun, meine Damen und Herren, mache ich mir etwas zu essen. Für mich ganz alleine. So, aufgegessen. Die Pommes waren, ich war ein lecker. Überraschende lecker. Die waren aus dem Lidl so eine billige. Ich dachte, es wäre schlimmer. Aber die waren gut. Eigentlich müsste ich noch abwaschen. Hab aber heute Vormittag schon gesessen und am... Videoprogramm rumgebastelt. Und zwar gibt es ja diesen Malmodus, wo man auf dem Bild malen kann. Womit ich auch dieses Homologen geschrieben habe. Das habe ich noch so ein bisschen verfeinert. Und da bin ich auf eine Idee gekommen. Und zwar wollte ich schon immer mal einen Trickfilm machen. Und zwar nicht mit Papier gemalten Figuren, sondern mit so einem Videoflash-Programm. Und das habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Aber jetzt bin ich auf die Idee gekommen. Man könnte ja auch mit dem Malprogramm im Videoschnittprogramm... Programm, 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 ein Trickfilm machen. Und da will ich nachher mal was ausprobieren. Das könnte ich denn für morgen verwenden für das Home Alone. Als Begrüßung. Einen kleinen Trickfilm oder so. Ich guck mal rein, wie ich das nachher mache. Ja. Weiß nicht. Ich habe mal was gefilmt kurz. Das soll für meinen Trickfilm sein. Ich will praktisch das als Original nehmen und darauf denn die Figur mal... Hallo. Hold, hello. Tag 3. So. Weiß nicht. Weiß nicht. Musik Weiß nicht.